Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Heute sind wir im Niedersachsen Stadion. Hannover 96 empfängt den 1. FC Magdeburg. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Bis gleich. Woher seid ihr? Aus Hannover. Ich glaube, du hast unsere Fans in Hannover nicht gesehen. Nee, ich habe nur das Video gesehen und bei mir ist das so, ich muss das selber mit eigenen Augen gesehen haben. Dann wirst du das irgendwann mal sehen. Was ist das denn hier? Ich kenne euch hier geil sein. Na? Alles klar? Ja. So, mittlerweile sind wir eigentlich angekommen. Er vloggt schon. Er vloggt schon. Da ist hier der Fan-Primus. Komm, näher, näher. Wir klatschen. Bam. So stoßen Vlogger. Fan-Primus. Deine letzten Worte. Meine letzten Worte. Wer weiß, ob wir hier wieder so rauskommen, wie wir reingehen. Meine letzten Worte sind, ich habe meine Badehose vergessen anzuziehen. Es ist sehr schummerig und kalt. Genau. So. Vor zwei Wochen haben wir ein Fritz-Walter-Stadion und das Wetter ist hier nach Hannover gekommen. Ob das ein gutes Omen ist? Naja, ob du vielleicht der bist, der das Wetter mitbringt. Ich weiß was. Oh, hier. Ich sehe da meinen Kollegen gerade. Eddy. Eddy, wir brauchen dich. Eddy, du bist der Beste. Hier. Mein Kollege, mit dem tippe ich immer meine Spiele. Eddy, wie wird heute das Spiel ausgehen? 2-0. Super. Dankeschön. So, wer weiß, was Fan Prime ist da wieder erklärt. Liebe Steine Freunde, heute treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ich sehr sympathisiere. Also, bitte. Benimmt euch in den Kommentaren. Habt Spaß bei dem Vlog. Ich werde heute aus Respekt nicht jubeln. Egal wer ein Tor schießt, wenn Barisch ein Tor macht, werde ich mich natürlich innerlich freuen. Aber ich werde das jetzt nicht nach außen zeigen. Und beim Arminian-Spiel hat er mir Funggamer geschrieben, dass er gerne gegrüßt werden möchte. Funggamer. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich bin natürlich sehr gespannt heute auf die FCN Fans. Was für eine Performance wir abnehmen werden. Letzte Chore geben, letzte Führung geben. Ich bin sehr gespannt heute. Was macht der Reimann da? Was macht der Reimann da? Was sehen wir hier gerade? Was für Handschuhe? Oh. 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 Was ist Nummer eins? Nitz, was meinst du, wird nach Anpfiff hier gleich Büro bremmen? Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe davon aus. Ich stehe davon aus. Ich stehe davon aus. Mal sehen, ob wir recht haben. Hier. Da ist Teddy. Hehehe. Er ist immer dabei. Oh, da standen wir in der Vektorium von 96. Oh, Wahnsinn! Wir sehen, ob jetzt gleich mal was kommen wird. Grazie,70, Quirken! John! Allerwalt, jetzt! Jetzt ist heute! Jetzt ist heute! Jetzt ist heute! Allerwalt! Gut, Zeitung! Gut, Zeitung! Also, das fängt sich schon richtig gut an. Mal sehen, wie das Spiel wird. Uwe! 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 Jetzt gehen wir los. Oh, mein Gott! Uwe! 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 Schaut euch mal das hier an. Mega! Unit 2! Unit 3! Unit 3! which one? Das Spiel hat mittlerweile angefangen, aber haben die gar nicht so richtig gemerkt. Den ganzen Chorios und Virus. Es ist gerade überhaupt nicht klar, was hier gerade alles passiert. Wahnsinn. FCM-Fans gehen hier auf. Total am Rauschen. Wahnsinn. Fange건 kämpfen! Ja ich verschobiere. Fange он! Fange je. Fange ich jetzt! Fange sie! Alle, die ich so richtig erkennen. Hannover 96, jetzt mit 1 zu 0. 2 zu 0. Ich bin der Kampfer der Nächste. Oh! Ich bin der Kampfer der Nächste. Wie viele Piros werden wir nachher zicken? Das hört nicht auf. Diese Rückpässe könnten heute zum Verhältnis werden. Genau wie jetzt. Ich werde den Ball verloren. Oh, das war... Wahnsinn, Wahnsinn. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war fast das 2 zu 0 gewesen. Die Angriffe von Hannover laufen heute ziemlich gleich ab. Entweder wir vorne und draußen schoben, weil er vermisst er jetzt rum, oder es geht über Konter im eigenen Stadion. Da ist Badenburg spielerisch besser aufgestellt, aber das Ergebnis spielt für sich. Und ganz wichtig, das Brett nochmal. Wie viele Chancen braucht Hannover noch? 1 zu 0 ist sehr gefährlich. Also das war jetzt bestimmt die dritte, vierte Chance von Hannover. Und er steht hier weiterhin 1 zu 0. Also weiterhin Hannover auf dünnem Eis. ... und giftige Rauschwanne. Aufsatz ausbremst. Bitte unterlasst das Abrennen von Feuerwerkskörnern. So, wir haben eine Heilzeitpause. Hannover 6-9 spielt 1 zu 0. Hannover hatte sehr viele Chancen, aber war nicht effizient genug. Magdeburg hat versucht, die letzten Minuten noch mal ein bisschen Druck zu machen, aber es bleibt spannend. Ne, was sagst du? Kann ich nur bestätigen, was du sagst. Auf jeden Fall 96 mehr dran am zweiten als Magdeburg am ersten, also am Ausgleich. Und ja, also bis auf diese eine kurze Druckphase, wo so drei, vier Chancen, also Halbchancen kreiert wurden von Magdeburg, kam da tatsächlich nicht viel. Jetzt zum Ende, wie du sagst, ist schon mehr, aber 96 klar die bessere Mannschaft erstmal, klar den besseren Matchplan würde ich auch einfach sagen. Wir hatten eigentlich erwartet, dass Anfang der ersten Halbzeit die Magdeburgs Büros anzugreifen. Das ist nicht passiert. Mal schauen, ob es zu Anfang der zweiten Halbzeit der Fall sein wird. Jawohl. Zuge干 Braus! bolt Braus! faint Braus! Wenn du gerade von dinheirost, war'n Input. Dann sag mir das mal, warst du dich an die drei gute Städte, war das Spiel. Heute haben wir die drürmische climbingation? Heute时, bạn verkauft das Spiel, weil wir wieder Fleck sind Momo, der你想ste und viel crunchy ist. Jetzt haben wir eine gute Geruch, wo du gerade noch ein ganzes Jahr davon vermcą kannst du. Und somit steht es 1-1, ja, wir haben es gesagt, 1-0, 1-1. Gefährliches Ergebnis und gehört dasselbe. Jetzt geht es in die Makronik-Sätze. Also wie gesagt, 1-0, ein gefährliches Ergebnis. Die Makronik-Sätze hat es gegeben. So ein Schiff ist hier 1-1. So, wir haben heute noch keine Pyrus gesehen. So, wir haben heute noch keine Pyrus. Jetzt gibt es erstmal einen Strafschuss für 96. So eine Atmosphäre habe ich bisher wirklich nirgends noch erlebt. Das sind beide Fanlager, die alles geben. Es ist egal, wer heute gewinnen wird. Aber Heidefels sind heute wirklich ein Tag, 1. Liga, Champions League live. Und jetzt schauen wir uns den Elfmeter an. 5 von 5, jetzt 6 von 6. Also, Reimann ist ein guter Elfmeter-Killer. So irgendwie muss ich euch auch mal übergeben. Wir warten gespannt. Und jetzt geht es gleich. So irgendwie wird ein Unabergisches Fluss. Und jetzt kommt es ein guter Elfmeter. Und jetzt ist es ein guter Elfmeter. Und jetzt kommt es an den Eindruck. Super, 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 super! Und jetzt ist es ein guter Elfmeter-Killer. Und jetzt ist es ein guter Elfmeter. Und Pyrus sagt mir heute ja wenig. Nils, ich frag mich die ganze Zeit, wann die Pyrus eigentlich kommen. Boah! Boah! Was war das? Sonntagsschuss am Freitag. Wir haben da noch jemanden, der das Rotschleuch-Spiel angeschaut. Komm noch mal Ito. Hey, Handspiel! Handspiel! Also, sogar ich hab's gesehen. Alles war nur Parada. Das ist ein Elfmeter. Der lässt weiterspielen. Oh! Was war das für eine Rakete! Es sieht fast danach aus, dass Magdeburg noch mal zurückkommen wird. Badis gibt auf jeden Fall richtig Gas. Warte, echt ein super Freistoß gerade. So Nils, er wird ihn jetzt direkt passen. Was sagst du, geht er rein oder nicht? Das Hannoveraner Herz sagt natürlich nein, aber ich möchte ein gutes Spiel sehen und ich möchte Tore sehen. Ja. 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 Und die nächste Anziehung ist perfekt. Und unsere Mannschaft, der 96 gewinnt gegen den ersten Echtzebatten, wo er mit 2 zu 1 abgibt. Den Koffer �rädour von als Mannschaft. Rengst extingуется zwei Minuten ein paar Minuten. 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 7.3 7.3 8.3 8.3 9.3 Dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Blog fandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.